Mein Name ist Zee. Ich lebte mit meiner besten Freundin Gwen zusammen. Wir sind zusammen, seit wir klein waren und von unserer Pflegefamilie weggelaufen sind. Jetzt arbeiten wir online, weil sonst niemand zwei junge Mädchen ohne Ausbildung einstellen würde. Aber allein zu leben machte uns auch clever. Die Dinge liefen gut, bis ich meinen Nachbarn von nebenan traf. Sein Name war Adam. Er war so gut aussehend, dass ich ihn nicht übersehen konnte. Ich verliebte mich auf den ersten Blick Hals über Kopf in ihn. Ich beobachtete ihn von meinem Fenster aus, wie er in seinem riesigen Lastwagen von der Arbeit zurückkam. Ich stellte mir vor, wir würden rummachen und miteinander ausgehen. Eines Tages fasste ich den Mut, zu ihm rüber zu gehen und mich vorzustellen. Als ich Adams Haus erreichte, war seine Haustür bereits offen. Ich ging hinein und rief seinen Namen, aber ich hörte keine Antwort. Plötzlich hörte ich hinter mir ein Knurren. Es klang tief, als wäre es von einem riesigen Hund. Als ich mich umdrehte, kreischte ich wie besessen. Da war ein Tiger hinter mir. Ich schrie wieder, ging rückwärts und fiel über die Couch. Einen Moment lang dachte ich, ich würde träumen. Aber der Tiger war echt, riesig und furchterregend. Er kam aus dem Garderobenschrank und begann, auf mich zuzulaufen. Ich sprang auf und versuchte zu rennen, aber der Tiger blockierte die Tür. Plötzlich erschien Adam mit einem riesigen Stock in der Hand. Er schlug den Tiger mit einem gewaltigen Schlag von mir weg. Dann schoss er mit einem Betäubungsgewehr auf ihn. In dem Moment, als der Tiger fiel, wurde ich vor Erleichterung ohnmächtig. Alles wurde schwarz. Ich wachte auf, als Adam mich wiederbelebte. Ich fühlte seine Hände auf meiner Brust und seine Lippen auf meinen. Ich wachte keuchend auf und griff nach meinem Inhalator. Ich hatte einen Asthmaanfall. Als ich wieder ganz zu mir kam, holte Adam mir etwas Wasser. Ich zwang ihn, sich zu erklären, sobald ich den Mut hatte, wieder zu sprechen. Er sagte mir, dass er ein Schmuggler sei. Er brachte Tiger aus dem Ausland herbei und verkaufte sie an reiche Leute, die hier in unserer Stadt lebten. Er brachte sie mit seinem Lastwagen von den Docks hierher und lagerte sie im Keller. In diesem Haus lebten zur Zeit fünf Tiger. Einer von ihnen entkam durch eine faule Stelle in der Wand. Ich verstand das alles nicht. Wie viel Geld konnte ein Tiger ihm wohl bringen? Könnte es wirklich genug sein, um zu riskieren, lebendig gefressen zu werden? Adam sagte mir, dass ein Tiger Millionen, wenn nicht Hunderte von Millionen Dollar einbringen könnte. Ich war ehrlich erstaunt. Mit dem Verkauf von nur einem dieser Tiere? Das war die Art von Geld, auf die man nicht verzichten konnte. Ich sagte Adam, dass ich wisse, dass diese Operation höchst illegal sei. Wenn er nicht wollte, dass ich ihn verpfeife, müsste er mir etwas abgeben. Er müsste mir erlauben, in sein Geschäft einzusteigen und meinen eigenen Anteil am Verkauf zu bekommen. Zuerst war er unsicher und nicht wirklich erpressbar. Ich erzählte ihm von meinen Erfahrungen bei der Leitung meines eigenen Unternehmens, um ihm zu zeigen, dass ich wertvoll sein könnte. Schließlich stimmte er zu, dass er ein zweites Paar Hände gebrauchen könnte und bereits nach Hilfe suchte. Es war für ihn auch praktisch, da ich nebenan lebte. Er stimmte meinen Bedingungen zu und ich ging wieder nach Hause. Am nächsten Tag schloss ich mich Adams Tigerschmuggelgeschäft an. Jeden Abend um 19 Uhr kam ein Käufer vorbei. Adam war äußerst vorsichtig und erlaubte nur einem Käufer pro Tag, ihn zu besuchen. Die Käufer waren unheimlich reich. Ein Scheich, eine Prinzessin von einer unbekannten Insel. Ein Geschäftsmagnat. Mein Bankkonto begann sehr schnell aufzublähen. Ich liebte mein Leben zu dieser Zeit total. Ich konnte jeden Tag neben meinem Schwarm arbeiten. Adam und ich flirteten endlos und machten sogar in einigen Pausen miteinander rum. Ich konnte mir plötzlich Dinge leisten, die ich mir vorher nicht einmal im Traum hätte kaufen können. Ich dekorierte mein Haus, bekam neue Gadgets und kaufte sogar meiner Mitbewohnerin Gwen eine ganz neue Garderobe. Gwen war schockiert, als sie sah, wie viel Geld ich ausgab. Sie wusste, dass ich nicht aus einer reichen Familie stammte. Sie wusste, wie viel Geld ich verdiente. Ich weiß, dass ich vorsichtig hätte sein sollen und weniger Geld in Guens Nähe hätte ausgeben sollen, um nicht aufzufallen. Aber ich konnte nicht anders. Es war das erste Mal, dass es mir so unglaublich gut ging. Guens Misstrauen wurde immer stärker. Sie begann mich zu fragen, woher all das Geld kam, ob ich Menschen für dieses Geld sexuelle gefallen tue. Aber ich stritt das sofort ab. Sie verlangte zu wissen, was ich jeden Tag in Adams Haus tat. Ich sagte ihr, dass ich mit Adam zusammen sei und dass Adam aus einer sehr reichen Familie stamme und er deshalb gerne seine Freundin verwöhnte. Gwen schien mit dieser Antwort zufrieden zu sein, also fuhr ich fort. Ich hatte sie unterschätzt. Eines Tages, als Adam und ich unten in seinem Keller arbeiteten, schlich sich Gwen in sein Haus. Sie hatte beschlossen, gegen Adam zu ermitteln. Sie war misstrauisch darüber, dass ein reicher Typ aus Hintergedanken zu viel Geld für ihre Freundin ausgeben würde. Leider ließen wir die Tür zum Garderobenschrank offen, wo auch die Kellertür lag. Gwen kam die Treppe hinunter und fand uns im Keller, umgeben von Tigern, die in Käfigen eingesperrt waren. Gwen verlangte zu wissen, was zum Teufel hier los war. Wir hatten keine andere Wahl, als ihr die ganze Wahrheit zu sagen. Sie hat uns auf frischer Tat ertappt. Im Gegensatz zu mir flippte Gwen wegen unserer illegalen Aktivitäten wirklich aus. Sie wollte sofort zur Polizei gehen und Adam zog seine Waffe, um sie aufzuhalten. Die Szene hätte böse enden können, aber es gelang mir, Gwen davon zu überzeugen, uns nicht zu verraten. Ich bat sie, sich stattdessen unserem Geschäft anzuschließen. Adam zögerte, aber ich sagte ihm, dass wir mit Gwen an Bord auch Tiger in unserem Keller verstecken könnten. Ein Käufer könnte, wie geplant, pro Tag zu jedem Haus kommen, aber unsere Gewinne würden sich verdoppeln. Adam begeisterte sich damals für diese Idee. Gwen ließ sich überzeugen, als sie von der spektakulären Geldsumme hörte, die sie erhalten würde. Danach liefen die Geschäfte noch wochenlang reibungslos und konstant. Adam begann doppelt so viele Tiger pro Woche von den Docks in die Häuser zu bringen. Er war der Einzige, dem das erlaubt war. Er behauptete, nur er wisse, wie man mit den Tigern umgehen und sie ruhig halten könne. Gwen wollte sich die Docks anschauen, aber Adam weigerte sich und sagte, er wolle seinen Händler nicht verschrecken. Der Dealer arbeitete nur mit ihm zusammen. Ich war damit einverstanden, aber Gwen nicht. Sie fand es seltsam, dass Adam uns nicht zu den Docks mitnehmen wollte. Sie fand es auch seltsam, dass Adam zustimmte, seinen Gewinn mit uns zu teilen, anstatt uns mit einer einmaligen Zahlung zum Schweigen zu bringen oder mit seinem Gewehr. Ich versprach ihr, dass Adam kein Mörder sei. Gwen war nicht überzeugt. Sie vermutete, dass die Tiger vielleicht viel mehr kosten, als Adam sagte. Vielleicht machte er heimlich viel mehr Gewinn. Er benutzte unsere Arbeitskraft, um zusätzliches Geld an uns zu verdienen. Gwen und ich warteten auf einen Tag, an dem Adam draußen war, um uns in sein Haus zu schleichen. Ich wusste, dass Adam uns nicht betrug, aber ich hatte kein Problem damit, den Preis für diese Tiger online zu bestätigen. Wir brauchten Bilder von ihnen, um sicherzugehen, dass wir das richtige Angebot erhielten. Wir erreichten den Keller und begannen, schnell die Bilder zu machen. Einer der Tiger verhielt sich seltsam. Er krümmte sich seltsam und wirkte, aber es kam nichts raus. Plötzlich wirkte der Tiger laut und ein Paket rutschte aus seinem Maul. Ich starrte das eklige, schlampige Stück auf dem Boden an. Es war eine kleine Plastiktüte, voller Diamanten. Ich traute meinen Augen nicht, aber Gwen hatte recht. Adam schmuggelte nicht nur Tiger ins Land. Er schmuggelte auch Diamanten. Und er hatte mich deswegen angelogen. Allein dieses eine Paket Diamanten könnte Adam eine coole Milliarde Dollar einbringen. Er hatte uns die ganze Zeit getäuscht, indem er uns ein paar mickrige Millionen gab und gleichzeitig mehr Geld einsteckte, als wir uns je erträumen konnten. Ich konnte nicht glauben, dass er mich angelogen hatte. Es tat so schrecklich weh. Ich dachte, wir würden Partner in Arbeit und Leben werden. Aber er hatte mich nur benutzt. Ich wusste, dass wir etwas tun mussten, um die Situation in den Griff zu bekommen. Gwen wollte einen Rückzieher machen. Sie sagte, sie wolle sich nicht mit einem gefährlichen Diamantenschmuggler anlegen. Sie sagte, dass dies die Art von Leuten seien, die andere für Geld erschießen können. Ich wollte nicht aufgeben. Ich wollte mich an Adam für diesen Verrat rächen. Ich sagte Gwen, dass ich einen Plan hätte, mit dem wir das Geschäft behalten und Adam loswerden könnten. Als sie mich fragte, was ich vorhabe, antwortete ich einfach, wir müssten alle Tiger von Adam freilassen. Direkt auf der Straße. Gwen meinte, ich sei verrückt. Diese Tiger könnten jeden verletzen. Alte Menschen, Kinder, wir konnten so ein Risiko doch nicht einnehmen. Ich sagte ihr, sie könne zu unserem Haus zurückgehen und ein Foto von einem der Tiger machen, der das Haus verlässt. Sie könnte dieses Bild benutzen, um die Nachbarschaft zu wahren. Die Tierschutzbehörde würde rechtzeitig eintreffen. Die Tiere wären weg und Adam auch. Wir könnten seine alten Kunden mit den Tigern in unserem Haus übernehmen. Niemand würde verletzt werden und wir würden gewinnen. Gwen war unsicher, aber ich war mir sicher. Ich hatte zu lange auf meinen Schwarm gewartet, um mir Bedeutung zu geben. Gwen und ich gingen in den Keller hinunter. Wir säuberten den ganzen Ort und entfernten alle Fingerabdrücke von den Oberflächen, die wir monatelang berührt hatten. Dann verließen wir den Raum und benutzten die Fernbedienung, um die Tigerkäfiger einen nach dem anderen zu öffnen. Wir ließen alle fünf Tiger in Adams Wohnung frei und rannten durch die Hintertür hinaus. Wir schlichen uns durch den Hof in unser Haus, wobei wir darauf achteten, die Nachbarschaftskameras stets zu vermeiden. Wir riefen die Polizei und die Tierschutzbehörde, die beide innerhalb kürzester Zeit auftauchten. Die Tiger wurden noch vor Ende des Tages festgenommen und in Käfige gesperrt. Niemand wurde verletzt, obwohl viele Menschen sich sehr erschreckt hatten. Gwen und ich wurden beglückwünscht und gefeiert für unsere schnelle Warnung in den sozialen Medien, die es den Menschen ermöglichten, sich vor dem Tigerangriff in ihren Häusern zu barrikadieren. Die Polizei nahm Adam fest und nahm ihn wegen des Vorfalls zum Verhör mit. Ich wusste, was Adam jetzt tun würde. Ich wusste, dass er der Polizei alles über meine Zusammenarbeit mit ihm erzählen würde. Er würde ihnen von den Tigern erzählen, die in meinem Keller versteckt waren und dass ich seine Partnerin war. Wie ich vorausgesagt hatte, tauchte die Polizei später an diesem Abend bei mir zu Hause auf. Sie kamen mit voller Wucht und mit einem Durchsuchungsbefehl in der Hand. Gwen und ich ließen sie rein. Wie wir es geplant hatten, durchsuchten sie das ganze Haus und fanden nichts. Sie gingen mit uns in den Keller und sahen nichts anderes als alte Wäsche. Sie waren verwirrt, da Adams Aussage wirklich glaubwürdig geklungen hatte. Aber ich versicherte ihnen, dass Gwen und ich aufrechte, moralische Bürger seien, die sich niemals an etwas so eindeutig Illegalem beteiligen würden. Ich sagte ihnen, dass Adam schon lange in mich verknallt war und er war wütend, dass ich nicht nur seine Annäherungsversuche zurückgewiesen hatte, sondern dass er wegen meines Online-Tipps erwischt worden war. Die Polizei hatte keine andere Wahl, als mir zu glauben. Schließlich hatten sie keine Beweise, um das Gegenteil zu behaupten. Bevor die Polizei bei mir zu Hause eintraf, hatten Gwen und ich die Tiger, die wir versteckt hatten, weggebracht. Wir waren jetzt reich. Wir waren nicht mehr die armen Mädchen von vor ein paar Monaten. Wir hatten Verbindungen. Wir brachten die Tiger auf eine nahegelegene Farm und sanitierten den gesamten Keller, sodass keine chemischen Beweise für ihre Existenz gefunden werden konnten. Ich hatte Adams Telefon gestohlen und alle seine Kunden als ihre neue Quelle kontaktiert. Dann benutzte ich die Ortsangaben seines Telefons, um seinen Händler zu finden. Auf diese Weise übernahmen wir Adams Geschäft, während er im Gefängnis saß. Teure Tiger, die unbezahlbare Diamanten verstecken. Gwen und ich hatten noch nie einen mächtigeren Job gehabt. Wir waren wie die Herrscher in unserer Stadt. Wir versteckten uns in unserem bescheidenen Haus und lebten wie Königin. Wir konnten kaufen, was immer man wollte. Wir konnten gehen, wohin wir wollten. Und wir konnten haben, wen immer wir begehrten. Wir wollten Misstrauen vermeiden, also blieben wir in unserem alten Haus. Von innen war es besser eingerichtet als ein Luxushotel. Das Leben war perfekt. Bis zum Tag, an dem Adam aus dem Gefängnis entlassen wurde. Er war wegen guter Führung und gemeinnütziger Arbeit vorzeitig entlassen worden. Das waren schreckliche Nachrichten für Gwen und mich. Ich hatte Angst, dass er wie ein Geist zurückkommen würde, der uns heimsucht, weil wir sein Leben ruiniert hatten. In den letzten Jahren, als die Polizei uns vergessen hatte, begannen Gwen und ich wieder einmal, Tiger im Haus einzulagern. Ich hatte den Verdacht, dass Adam der Polizei einen Tipp geben und sie wieder hierher schicken würde. Gwen sagte, wir könnten nicht sicher sein, dass er das tun würde. Sie fragte sich, ob Adam zu uns zurückkehren und versuchen würde, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Ich verhöhnte ihre Hoffnung. Ich hatte Adam ins Gefängnis geschickt. Warum sollte er so nicht versuchen, dasselbe mit mir zu tun? Ich wusste, dass wir Pläne schmieden mussten, um die Tiger loszuwerden, bevor Adam uns verraten konnte. Gwen und ich kamen schnell dazu, die Tiger auf unsere Farm zu bringen. Als wir einen der Käfiger in unseren Lastwagen luden, brach die Tür durch ein kleines Missgeschick auf und knallte auf den Boden. Und der Tiger sprang aus dem Käfig und trat das Tor auf. Die Wucht, mit der das Tor gegen mich schlug, ließ mich gegen den Boden fliegen. Ich fiel in Ohnmacht und alles wurde schwarz. Sekunden später fühlte ich Hände auf meiner Brust. Klopfen. Ich fühlte, wie weiche Lippen meine berührten und ich öffnete meine Augen. Adam saß über mir und reanimierte mich. Nach all den Jahren war er hier und rettete mich wieder. Ich schaute mich um und sah, dass die Tiger verschwunden waren. Ich fragte Adam, wo sie waren. Gwen sagte, Adam habe ihr geholfen, die Tiger zurück in unseren Keller zu bringen. Sie sagte, dass wir die Tiger nicht mehr auf die Farm bringen mussten. Als ich Adam beschuldigte, unseren Plan zu sabotieren, hielt mich Gwen auf. Sie sagte, sie wolle, dass ich aufhöre, das Schlimmste über Adam zu vermuten. Sie sagte, er sei ein besserer Mensch, als ich mir vorgestellt hatte. Und er sei hier, um das Kriegsbeil zu begraben. Vielleicht könnten wir diese hässlichen Jahre hinter uns lassen und wieder zusammenarbeiten, schlug Gwen vor. Wovon zum Teufel sprach sie? Ich war völlig verwirrt. Warum war Gwen auf Adams Seite? Warum tauschten die beide Blicke miteinander aus? Was ging da vor sich? Gwen ging zu Adam hinüber und nahm seine Hand in ihre. Dann verriet sie mir ihr Geheimnis. Sie und Adam hatten einander Briefe geschrieben, während er im Gefängnis war. Sie sagte, sie hätten sich ineinander verliebt. Gwen war unsicher gewesen, ob Adam nach dem Gefängnis für sie zurückkommen würde. Er hatte sich jedoch bewiesen. Er war hier und nicht aus Rache. Er wollte bei ihr sein und sie wollte bei ihm sein. Bei der Arbeit und im Leben. Ich war in meinem Leben noch nie so schockiert gewesen. Ich fühlte mich völlig verraten. Gwen wusste, dass ich schrecklich lange in Adam verknallt war. Sie wusste auch, wie Adam uns wegen der Diamanten angelogen hatte. Sie sagte, es sei ihr egal, dass Adam das alles erklärt hätte. Sie sagte, es sei normal, dass Adam oder irgendjemand anders seine Gewinne nicht sofort mit Fremden teilen wolle. Sie sagte, es sei mein Fehler gewesen, Adam ins Gefängnis zu werfen, anstatt mit ihm darüber zu sprechen. Ich konnte nicht glauben, dass Gwen wirklich die Partei dieses seltsamen Verbrechers gegenüber ihrer besten Freundin ergriffen hatte. Gwen versicherte mir, dass alles in Ordnung sein würde. Dass wir drei wieder zusammenarbeiten würden, wie in alten Zeiten. Es würde nicht wie in alten Zeiten sein. Das wusste ich. Gwen und Adam begannen ihr eigenes Leben. Sie heirateten bald und Gwen wurde sogar schwanger. Sie hatte mir buchstäblich meinen Freund gestohlen und lebte mit ihm zusammen. Ich passe nicht mehr in ihr Leben und in ihre Geschäfte. Ich beschloss, mich von ihnen zu trennen und ich investierte mein Geld in mehr legale Projekte. Sobald ich begann, mit diesen Projekten einen beträchtlichen Gewinn zu erzielen, stieg ich aus dem Schmuggelgeschäft aus. Ich wollte Gwen und Adam nicht länger sehen müssen und mich so allein fühlen. Obwohl ich ausstieg, gingen sie mir nicht mehr aus dem Kopf. Die Eifersucht machte mich wahnsinnig. Warum konnte Gwen das Leben haben, das ich wollte? Das ich verdient habe? Ich wollte es ihr wegnehmen. Ich weiß, der ihr Geschäft wirklich angekurbelt hatte. Die in all den Jahren Adams Gewinne gesichert hatte. Ohne mich hätte Gwen gar kein Geschäft, das sie aufteilen könnte. Ich beschloss, einen Plan zu schmieden, um sie zu verraten. Ich würde sie verhaften lassen und das Geschäft für mich behalten. Ich fand einen Mann namens Jeeves. Einen Kopfgeldjäger, der dabei half, Menschen für reichlich Geld reinzulegen. Ich zahlte ihn aus und sagte ihm, was ich erreichen musste. Ich erzählte ihm von den Tigern und wie wir sie transportieren müssten, nachdem wir Gwen und Adam reinlegen würden. Jeeves und ich schmiedeten einen Plan und er kam zu mir nach Hause, um ihn auszuführen. Wir wollten zum Haus von Gwen und Adam gehen und dann würden wir von ihrem Keller aus die Polizei rufen und sagen, dass wir versteckte Tiger entdeckt hätten. Adam hatte bereits Vorstrafen. Sie würden uns ohne jeden Zweifel glauben. Als wir uns schließlich mit Adam und Gwen in ihrem Haus trafen, holte ich mein Telefon heraus, um die Polizei zu rufen. Aber das war nicht nötig. Wir waren bereits von der Polizei umzingelt. Ich wusste es nur noch nicht. Als wir alle im selben Raum waren, zog Jeeves seine Waffe und enthüllte uns seine wahre Identität. Er war ein Detektiv, der hier in unserer Stadt eine Tigerschmugglerbande aufspürte. Er hatte alles aufgezeichnet, was ich ihm gesagt hatte. Und er hatte genügend Beweise, um uns alle drei wegen Tierquälerei und des Verstoßen von hundert anderen Staats- und Bundesgesetzen zu verhaften. Die Polizei sprang aus dem Schatten heraus und verhaftete uns alle drei. Ich konnte mein Schicksal nicht glauben und ich ertrug nicht, wie nachlässig ich gewesen war. Ich hatte Jeeves überprüft, aber offensichtlich hatte ich es nicht gründlich genug getan. Ich war so begierig darauf, das zu bekommen, was ich wollte, dass ich in meiner Wachsamkeit nachließ. Ich wurde in ein Bundesgefängnis geworfen. Gwen und Adam sagten gegen mich aus und sagten, dass ich es war, die das Geschäft die ganze Zeit besaß. Sie erzählten ihm, wie ich vor all den Jahren Tiger freigelassen hatte, um Adam etwas anzuhängen. Sie sagten, ich hätte sie jahrelang gezwungen, mit mir zusammenzuarbeiten und ihnen gedroht, sie und ihr Kind zu töten, wenn sie versuchten, einen Rückzieher zu machen. Diese gefälschten Zeugeaussagen erfüllten mich mit so viel Wut, dass ich während des Prozesses anfing, sie vor Wut anzuschreien. Der Richter ließ mich von der Polizei festnehmen und in meine Zelle zurückschicken. Meine Zelle ist nun seit zehn Jahren mein Zuhause. Gwen und Adam saßen minimale Zeit ab. Schließlich wollte niemand einem Kind die Eltern wegnehmen. Ich wurde für alles, was geschah, verantwortlich gemacht. Und ich war es, die die Zeit abgesessen hat. Meine Wut und Einsamkeit quälten mich in meiner Zelle. Ich ertrug nicht, dass ich trotz all meiner Kraft und Stärke meinen Schwarm und meine beste Freundin nicht zerstören konnte.